Hi Leute, wusstet ihr, dass heute nicht nur Valentinstag ist? Nein, heute ist auch der europäische Tag der Epilepsie. Ja, auch wir Epileptiker haben Valentinstates und träumen davon, die Richtige oder den Richtigen zu finden. Wir sind genauso wie alle anderen auch. Wir haben einfach diese Krankheit, die vielleicht manchmal speziellen Effort oder Geduld braucht. In meinem neuen Song, der bald kommt, möchte ich euch zeigen, dass ich trotz dieser Krankheit meine Träume und Ziele immer verfolgt und nie aufgegeben habe. Und darauf bin ich stolz. Es gibt immer einen Weg und das will ich euch mitgeben. Und wenn du das jetzt siehst, sage ich dir, du bist nicht alleine. Wir sind so eine große Community, wir gehören zusammen und müssen uns nicht verstecken. Wir dürfen uns zeigen und das mit Stolz. Wir sind so stark und können trotz unserer Krankheit Berge versetzen, auf unsere Art. Ich bin stolz auf uns. Sei stolz auf dich und als erstes beschenke dich selber mit Liebe. Happy Epilepsie Valentinstag.